Und Jessica Lindner fährt wieder ein kampfloser Punkt einlogisch, dort ist Witten heute ohne Besetzung, leider gar nicht, dass das Witten einen sehr stark besetzt, hat dort aber Behaltsungsspräche und Verläutigkeit aufbieten, deswegen der kampflose Punkt zum 6 zu 2 für die JV Speich. Und jetzt sehen wir auf der Matte 2 für Speich, Jasmin Kölz und Jessica Zeib für Witten im Super-Swergewicht. Und Jessica Zeib schenkt die Kamera gegen Jasmin Kölz, die aktuelle Viertelte der Felsrangliste und siebte der Fettmeisterschaften dieses Jahr. Also neuer Fettstand auf der Matte 2, 4-2, Fingern und Flieger für den JV Speich. Und er darf noch sehr gespannt sein, wie dieses Duell wieder endet wird. Und auf was macht, haben wir gerade eben das 8 zu 0 für den JV Speich gesehen. Und dann können wir auch mit dem JV Speich.